Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch ein bisschen kurz, wenn ich mich in die Hotellobby fahren will. Wir haben den ersten Tag in Singapur und heute geht es eine Runde an den Strand. Und jetzt geht es erstmal noch mit Frühstücken in die Hotellobby-Bahn. Wir gehen jetzt gleich eine Runde fahren und ein bisschen surfen auf der stehenden Welle. Und jetzt geht es erstmal mit Frühstücken in die Hotellobby-Bahn. Oh, ich will in der Mitte zwischen euch laufen. Einmal den Fluss entlang. Welcher Fluss? Der hier, der da fließt. Wo essen wir zu Abend heute? Am Robertson Key. Okay. Ein Stock. Was hast du gesehen? Ein Stock. Stock. Aber Vincent, das ist Australien, gell? Da ist ein Stock auch gern mal eine Schlange, ja? Jetzt sind wir fast beim Löwen angekommen da oben. Ich fahre jetzt gerade zur Öffenbahn. Unglaublich geil. Auf dieser stehenden Welle da. Gerade zwei Stunden gemacht. Und in den zwei Stunden hatte man dann irgendwann voll den Dreh raus. Ziemlich, ziemlich geil. Okay, der ist schon nicht klein, dieser Löwe. Krass. In den Löwen hoch, oder? Wie? Cool, oder? Ja, wir waren jetzt unterwegs und haben die heißesten Hotspots hier und angeguckt. Waren in einer Bar auch ein bisschen was trinken. Und wir haben uns jetzt ein bisschen fresher angezogen. Flipflops aus, T-Shirt aus. Ein bisschen schöner angezogen und gehen jetzt in die nächste Bar. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Wir werden noch mal wieder raus. Wir werden noch nie im Ent gang. Keine Krösser. Keine Krösser. Vielen Dank.